Hallo, 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 damit rechnen wir jetzt noch mal bei Rosi Gallerado zurück zu Night Shift, äh, zurück zum kleinen Snuff-Fan-Gemo und spielen wir zusammen die Demo von Night Shift and Carl Junior. Demo. New game, nice one, ich will so feine, eine Maus-Spit, eine Maus-Spit, ab hier, drinks, drinks, kein Stuber-Stuber, Tür, seal, wind, just a wind, nice, power, Power Bitte sieht es aus wie ein Pommes-Mann! Oh nice! Wow! Die sehen lustig aus! Die Animatronics gefallen mir! Ich war das creepy! Creepy Nein! Gefällt mir! Leute, das gefällt mir wirklich! Weil die Animatronics sehen so lustig aus! Oh! The Pommes-Mann is coming! Oh Joll! Seh'n ja auch die Pommes! Das sind cool oder? Das sieht so nice aus! Sonst sind ja noch bei allen drei oben! Die Hamburger! Marshmallow! Und das ist ein Toast! Das ist ein Toast! Also ein Burger! Pommes-Toast! Woop! Pommes kommt! Es kommt nur der Pommes! Ich finde es so genial, die Haare als Pommes zu haben, oder? Ja! Ey! Krass! Nice! Er bestellt sich was! Was bestellt er denn wohl? Pommes! Ahaha! Ich wollte gerade Silhouette machen! Die Lüftung schließen! Ich wollte gerade die Lüftung schließen! Also Pommes-Mann geht in die Lüftung! Pommes! Burger! Pommes! Toast! Marshmallow! Perfekte Mischung für ein kleines... Für ein kleines Snack, oder? Ist das ein Toast? Der Stern! Der Star! Toast! 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 Obwohl er ja nicht aussieht wie ein Toastbrot! Was könnte der Star sein? Stars! Boah! Night Shift at Cars! Juniors! Die... Die sehen so cool... Also die Animatorik sind wirklich cool gemacht! Da kannst du also wirklich nicht meckern! Mega! Nice! Te... De... Pommes-Mann in the wind! Der Lock! Das! Ahahahahahahahah! Die sehen so realistisch aus, finde ich! Der ist für stark gemacht! Stark gemacht! Also dafür gibt es mal einen flitten Daumen nach oben. Wir müssen uns also nur auf die Lüftung Kuhn sehen. Die anderen Kollegen sind ja alle nach oben. Mr. Pormass. Celebrate. Die sind alle nach oben, ja. Diesmal passen wir auf. Wirklich coole Spielchen. So was würde ich auch gerne in der Full Version spielen. Aber sie hat leider nur eine Demo. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Jetzt müssen wir mal aufpassen, wenn er so entwohnt kommt. Verstehst? Der Hund. 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 Er geht aber nicht. Und die sind alle nach oben. Er geht nicht. Warum geht er nicht? Habe ich jetzt den Pommes eingesperrt? Forever? Pommes forever? Er geht nicht. Ich habe auch kein Licht oder sonst was. Ich verstehe. Hey Pommes man. Na der wäre weg ne. Verstehe ich jetzt halt. Bist du weg? Bist du weg? Ist aber der da. Ist aber der da. Wir haben 4 Uhr. Schade dass noch kein anderer kommt. Kein anderer kommt. Pour moi. Pour moi. Für mich. 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 Bis zum nächsten Mal.